In 5, 4, 3, 2, 1... Willkommen in einem neuen Stream, zusammen mit Aldemar HD. Hey Leute, hier bin der Aldemar und ich will der Mittelpunkt dieser Sendung sein. Schaut auf die MeToo, ich bin ganz toll. Was spielen wir? Wir spielen... Wie was? Wieso spielen wir? Was für eine Frage? Orks töten spielen wir. Wir spielen Orks Must Die Unchained. Und welchen Modus? Ja, welchen Modus wirst du? Orks müssen sterben an Entkettet. Orks müssen sterben Entkettet. Oh, warte mal, ich muss den neuen Bossen machen mit dir. Was machen die denn eigentlich? Ich liste schon mal. Survive Support. Warte Sekunde, warte, 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 warte. Ich bin ja schon gelistet. Den nehme ich nicht mit. Was macht der denn da? Naturlord. Heldenheiler. Lebensabsorberz... Absorberz... Absorberz... Wiederbeleber. Ja, groß. Wie die neuen Bosse oder die veränderten Bosse aussehen. Das sind ja eigentlich... Wie hieß der vorher? Das war vorher ein Zyklop, der Heiler. Und jetzt ist er was anderes. Ach so, die haben den einfach umgeändert. Warum eigentlich? Ja, also ein neues Aussehen gegeben. Ich fand die alten cool. Schade. Ja. Ich denke mal, die wollen die dann, die Models, was anderes benutzen, ne? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, wir wollten einfach nur was anderes haben. Ach, dann sind das ja einfach die gleichen. So. Aber die können, glaube ich, dasselbe. Wie die vorherigen auch. So. Ach so, ziehen bitte. Ich kann nicht ziehen. Kann ich ziehen? Kannst du was? Ziehen. Ich kann nicht ziehen. Bennilein. Ja, fort. Benni ist da. Ach so. Du hast noch ein bisschen Zeit. Wir müssen noch ein bisschen warten. So. Ich hab, ja, ich hab jetzt mein Deck nicht neu gemacht, weil, keine Ahnung. Ich hab schon alles, was ich wollte. Mehr will ich gar nicht in meinem Deck haben. So. Ach so, was ich noch sagen wollte. Hier, ganz am Anfang, auf dem Dashboard, da sieht man, dass die Rift-Schlacht ist. Das Event geht bis zum 27. Also etwa zwei Wochen noch. Da kann man ein paar Sachen gewinnen. Ja. Ich will das nicht alles runterbeten, weil das ist ziemlich viel, was man gewinnen kann und was man beachten muss und wie viele Kategorien es gibt, wo man was gewinnen kann. Auf jeden Fall gibt's Orksmas-Die-Tassen zu gewinnen. Orksmas-Die-T-Shirts. Und ein Computer. Und ein Headset. Wann ist das Event? Wo muss ich teilnehmen? Du musst einfach in die Mitte drücken bei dem Dashboard, wo Registriert euch für das Rift-Schlacht-Event steht. Und dann bist du automatisch dabei, wenn du dich registriert hast. Und auf der Webseite und so steht halt, welche Kategorien es alles gibt. Also es gibt, glaube ich, den meisten Schaden in diesem Zeitraum. Oh, ich muss mich da einloggen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht. So, ich mach mal meinen Info-Slider weg. Ich hab vor allem die schwulen Lieder teilweise hier drin. Was? Bei dir hört man Lieder? Hörst du das nicht? Bei mir gibt's keine Musik. Bei mir gibt's keine Musik. Nein, ich hör's nicht. Hört keine Musik an. Jetzt an. Könnt ihr mich hören? Ah. Hallo, Benni. Hallo, Benni. Guten Tag. Benni, Benni. Ist dein Mikrofon jetzt besser? Beste. Sehr gut. Jetzt auf jeden Fall einiges besser als vorher. Ja, ich, ich, deshalb hab ich mich grad gefragt. Du hörst dich so klar an. Unfassbar. Viel klarer als sonst. So. Was sonst? Ah. Oh. Oh mein Gott. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Wir sind in einem... Wir sind die Kinder, die Kinder vom Ponyhof. Guck mal, jetzt ist nämlich, äh, ne? Guck mal, wer da frei ist und ich spiel jetzt was anderes. Bist du froh? Ja. Toll, oder? Oh nein, jetzt haben wir... Oh, jetzt... Nehmen wir es noch mal. Ein Spieler hat die Lobby verlassen um einen Fall. Ja, nur weil er nicht angreifen will. Ähm, nicht verteidigen will. Bestimmt. Ja. Ach so, jetzt muss ich nochmal... Hä? Wie hieß er denn? Dann müssen wir den im Twitch nochmal ein bisschen beleidigen. Das ist kein Phoenix. Vielleicht ist er auch jemand anderes, ähm, von deinem Gegnerteam geliebt. Und man weiß es nicht. Dann muss ich halt Verteidigung wählen. Aber, aber ich will angreifen. Manu. Immer die Leute, die dann rausgehen. So. Ich hab mir heute einen Server gemietet für Seven Days to Die. Seven Days to Die. Okay. Das bedeutet? Ich spiel das momentan. Ich muss mir den Server mieten. Ich hab mir selbst eingehostet und, äh... Okay. Muss man das dafür tun? Ja, ich will ja so ein Let's Play mit der Schaumann machen und wir testen das Spiel gerade aus. Ah. Und wie weit das alles geht. Weil wenn wir dann anfangen und es ruckelt und so bei den Zombie-Wellen, dann können wir es halt knicken. Oh, okay. So ein Ruckelspaß, äh, lad ich nicht hoch. Lad ich nicht hoch. Nein, ich bin mir. Ist das einfach nur Zombie-Bashen? Ohne... Nee, das ist, ähm, Seven Days to Die ist ein Mischmasch aus Minecraft und, äh, ja, anderen Survival-Games. Keine Ahnung, wie The Forest und sowas. Du... Ah. Die Welt besteht halt aus Blöcken. Also, schonen. Also, die Häuser und alles, was du bauen kannst. Alles andere sieht normal aus. Wenn du kannst halt auch richtig... Ja, wie soll ich sagen? Alles sieht normal aus, aber du baust halt in Blockstrukturen. Verstehst du? Mhm. Das ist so ein Mischmasch. Das ist ganz gut gelungen eigentlich. Und alle sieben Tage gibt's, da sind halt überall Zombies und alle sieben Tage gibt's eine Zombie-Welle, die in dein Haus angreift. Kannst alles Mögliche bauen. Kannst halt andere Häuser looten, kannst dir ein Moppet bauen. Ach, ein Moppet aus Blöcken? Moppet. Moppet. Ein Block. Ein Block. Ein Block. Block. Nein, nein, das ist das Richtige. Es sind nicht alles aus Blöcke. Die Waffen und so nicht, die Figuren nicht. Und die Umgebung und so auch nicht. Was, ich hab kein Block-Gesicht? Dann ist der, der lockt ein Zogi-Mod und spammt dir alles voll. Unfassbar. Ja, er kann sich ja, kann er sich selber bestrafen? Ja, genau. Ich brauche dich selber. Und bestimmt auch so, wie die Flagge landen. Genau. Brauchst du so eine kleine Peitsche. Kartisch. Ich hab jetzt hier grad die Kategorien. Die Gewinnkategorien sind halt beim PvP jetzt, was wir jetzt spielen, Spieler, die die meisten Schergen erledigt haben. Also in der Verteidigung. Spieler, die die meisten Erfahrungspunkte nach Eroberungsmatches gesammelt haben. Ja, versteht sich von selbst und Spieler, die die meisten Portalpunkte gesammelt haben. Das sind die PvP-Kategorien. Warum warten wir eigentlich wieder so lange? Spielt keiner mehr? Ja, weil wir zu dritt sind. Achso. Ist unser MMA, glaube ich, ein bisschen höher. Wer ist denn Talkwear War? Ich hab irgendeinen hier in der Liste. Ich weiß nicht, wer das ist. Wo? Vergessen, wer das alles ist. In deiner Freundesliste? Ja. Oh, ich muss was erzählen. Ich muss was erzählen. Ich mach momentan quasi, ich hab ein Problem, ich kann nicht viel essen. Also ich kann nicht viele verschiedene Sachen, wenn ich auf die Ad gehe, jetzt mal so sagen, kann ich zum Beispiel kein frisches Obst und Gemüse essen. Ich hab jetzt eine geile Diät gefunden, ja. Okay. Und zwar besteht darin, indem man nur Fleisch isst. Und keine Kohlenhydrate. Und es wird angewiesen, dass man, oder geraten, dass man doch bitte, also man muss, ja. Fleisch, Speck, Eier, Käse, ja, das muss man essen. Das ist eine Diät, die zum Beispiel die ganzen Filmstars machen das zum Beispiel auch. Ja. Okay. Das ist super interessant, ja, ja. Und zwar geht dein Körper dann eine Ketose ein, sagt man, und baut das Fett ab zum Ersatz für Kohlenhydrate, die man nicht besitzt. Und das Fett, das man zu sich nimmt, wird einfach wieder ausgeschieden. Weißt du? Also geil. Funktioniert das? Wie lange machst du das? Weiß ich nicht, ich hab erst seit gestern. Achso. Das macht ein Kumpel von mir, hat dadurch irgendwie, das ist ein ziemlicher Koloss und der hat damit in einem Monat 10 Kilo abgenommen. Wow. Also kein Zucker, alles gar, ne. Also eine Fleisch-Diät? Ja, quasi, ja. Dann kannst du halt Käse und so auch noch essen. Das besteht, dein Essen besteht eigentlich ein bisschen Salat, Gemüse auch natürlich, aber nicht so viel. Viel Fett. Ja, es geht, Fett ist scheißegal, es geht hier um Kohlenhydrate. Achso. Okay. Das Fett wird dann nicht aufgenommen vom Körper. Interessant. Er sagt dann, nö, nein. Machst du so einen Vlog-Blog mit der Etikette? Nein, gar nicht, gar nicht. Ich wollte das auch gar nicht erwähnen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich wollte es nur sagen, weil ich davon so fasziniert bin. Ja, du hast gesagt, du wolltest erzählen, du wolltest erzählen, du wolltest erzählen. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall cool. Freut mich halt. Wer so krasse Ernährungsprobleme hat wie ich, ist das halt, das sind Sachen, die ich auch alle essen kann ohne Probleme. Ich habe die jetzt seit Monaten, habe ich fettiges Essen komplett weggelassen, gar nicht gegessen halt. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn ich mich dann versuche fettlos zu ernähren, dann stopfe ich halt Kohlenhydrate in mich rein. So Nudeln und Reis und so Sachen, das macht es dann auch wieder sinnlos. Deswegen, ich kann halt nicht auf frische Sachen umsteigen, also ist das eigentlich mal ein richtiger Versuch. Und wenn das funktioniert, bin ich mega glücklich eigentlich. Bin gespannt. Ich möchte dem Fleisch danken und den Eiern und den Käse. Und allen, die sie produziert haben. Die hier, die mich dick genannt haben, damals. Keine Ahnung. Nein, ich bin dagegen ja ziemlich immun eigentlich. Gegen Fleisch? Ich bin kräftig. Nein, gegen Bulli. Immun. So, geht los. Hallo Paintbox, wie geht's dir? Mit radioaktivem Müllfutter, der geht auch. So, hallo MMI-Nator. Hallo, ich muss leider verteidigen. So, wie geht das mit dem Bloodspike? Erklär mir das mal. Ähm, ja. Du tötest deine eigenen Minions, so gesagt. Müssen es Orks sein? Äh, ich glaube, nicht mehr. Ne, es müssen keine Orks sein. Ist egal. Ähm, früher mussten es Orks sein. Jetzt nicht mehr. Äh, ja, du hast so einen Skill. Der ist, glaube ich, auf Q. Damit kannst du einen Schergen töten. Warte, welche Taste ist das nochmal, wo man die Hilfe sieht? I, I. Oh, geil, mit dem ersten Knopfdruck. Bluthungrig. Wenn ein verbündeter Schergen in der Nähe stirbt, dann lässt er möglicherweise eine leckere Mahlzeit. Diese regeneriert Platz bei Lebenspunkte. Das ist dann so ein Schwein. Äh, betäubende Exekution. Ein Exekut, äh, exekutiert einen verbündeten Schergen, der sich, äh, in eine leckere Mahlzeit verwandelt. Gegner im Radius der Exekution werden betäubt. Hm. Bist du hängelblieben? Ne, es geht weiter. Ja, die Gegner sind halt so erschrocken darüber, dass er seinen eigenen Schergen tötet, dass sie so, oh mein Gott. Und deshalb sind sie dann gestunnt. Kurzzeitig. Okay. Also. Oh, Elite. Ich habe einfach nicht mehr gespielt seit Wochen. Aber ich finde das blöd, dass ich immer stehen bleibe, wenn ich angreife. Das ist immer so doof. Oh, hey, Baby. Oh. Ah. Was soll das denn? Warum ändern die immer die Karten, du blöde Kuh? Blöde Kuh! Was macht der denn? Soll ich hier Barrikaden hinstellen? Dann verteidigen. Thank you for barricades. Ich habe noch nicht mal eine hingestellt und er schreibt schon thank you. Ich stelle jetzt eine in, 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 in seinen Körper rein. So. Warte, du bist eine Miniform von mir, Lockenzug. Was meinst du? So. Wer ist eine Miniform? So. Ah, ich wollte dich noch kurz angucken kommen. Aber jetzt muss ich hier bleiben. So. Uh. Was? Wieso? Wieso? Sell it, please. Warum denn? Geh weg. Ich will es nicht verkaufen. Was meins? Was ist denn los, Speed Dragon? Was denn? Lockenzug, du bist am Beschimpften. Willst du den Mod schon wieder verlieren? Ich kriege da nichts mit, keine Ahnung. Es ist wieder Chaos im Chat. Lockenzug, die beleidigen nicht nur so, wie zum Beispiel diesmal. Keine Ahnung. Ist gar nicht Waste. Aber damit er aufhört zu meckern, habe ich es jetzt verkauft. Ich dachte schon, ich soll mein Schild verkaufen. Niemals. Ich kann auf meine eigenen Minions schlagen. Ja, geil. Wo ist denn das leckere Essen? Ja, das, ähm, ich glaube, das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das auftaucht. Betot. Ja, gut. Dann stehe ich da rum und warte auf mein Essen. Das ist so ein Spanferkel mit einem Apfel im Mund. Und wenn du das aufgegessen hast, dann heilst du dich. Das ist so dein Heel. Also immer brav den Teller aufessen. Bitte. Dann wirst du groß und stark. Nein, er hat mich mit dem Hammer getroffen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich wollte nur Ärger machen. Kommt doch, kommt doch, kommt doch. Traut euch nicht. Fuck. Also der Blotspike ist bis jetzt, naja, mal gucken. Ja, man muss sich, glaube ich, an ihn gewöhnen. An seine Spiele. Ah, okay. So. Und Kuba essen, ja? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Kuba essen. Hast du's gegessen? Hast du schon was? Dann essen wir fertig. Nein, ich hab noch kein Essen gesehen. Nein. Sehr gut. Oh, es erscheinen viel zu einer leckeren Mahlzeit. Ah. Vielleicht ein Blutbad erwischt mir einen Stapel. Ja, mehr essen. Mehr, noch viel mehr. So. Was? Gar nicht. Das Essen. Oh. Nam, 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 nam. Sehr gut. Das gefällt mir. Kann ich mich immer hochheilen mit den Minions? Ja. Also ich muss bei den Minions bleiben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Bin ich eigentlich ein Tank? Ja, oder? Bin ich ein Tank? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, du machst aber auch viel Damage, wenn du... Wir brauchen jetzt mal angreifende Orks. Du hast Blutbadstapel, die sich stapeln. Blutbadstapel. Und je mehr du hast, desto mehr Schaden machst du. So ähnlich wie Osiel, aber anders. Hey, was hast du da für billige Feinling gemacht? Egal, ich kann die verkaufen. Hallo Epicstan und noch ein Moderator. Super geil. Open Helm, please. Open Helm, please. Benni. Benni ist totgegangen. Jetzt hatte ich ein Leck hier schon wieder. Die Schreine können jetzt eingenommen werden. Nehmen wir die ein? Äh, ja. Wollen wir zum rechten Schrein? Ähm. Ne, Benni. Benni, komm, wir gehen zum rechten Schrein. Ich muss noch kurz ein bisschen verteidigen. Wir gehen jetzt nochmal links gedrückt halten und... Ach, ich kann keine Ahnung. Entschuldigung. Wir schaffen das. Glaub daran, Benni. Glaub an dich. Glaub an dich. Da, 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 da. Da, da, da. Die kommen, ne, oder? Doch, da kommt er auf jeden Fall. Ja, da kommt einer. Nein. Überlebt. Ihr schafft es. Benni, wo bist du denn? Ich bin hier. Ich bin hier. Schlafmütze. Soll ich dir doch einen Tee bringen? Kamille, bitte. So. Ich bin jetzt abgehauen. Ich bin da am Kämpfen. Der Benni ist eine Kiste am Kaputt hauen. Wir haben die andere Seite. Yay. Hä? Was sind die? Ah, die hat... Jetzt... Oh, sehr gut. Yeah. So, wir hatten einen coolen Boss. Ihr macht das schon. Wir haben noch keinen Tor upgraded. Ja. Benni, Benni, Benni. Müsst uns das so kaputt machen, warte ich. Ich weiß nicht, ob... Hogarth ist sowieso kein guter Pillager. Ja, aber... Hm. Ich versuch auch mal... Oh, okay. Da ist ein Gegner. Mag ich nicht. Ich wollte nur eine Kiste. Der Play ist sowieso nie da. Äh, Speed Dragons. Keine Sorge. Und der Epic eigentlich auch nie. Epic? Meine Moderatoren sind gerade alle da. Ah. Alle. Hallo, Büro-Welt. Wow. Hallo, Büro-Welt. Auch ein geiler Name, ne? Okay, ich brauch noch einen Tacker. Gibt's da was bei dir so im Angebot? Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Und ich töte. Ja, tu das. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. So. Ich geh mich mal kurz heilen. An dem tollen Rift. Was für einen Boss haben wir jetzt eigentlich drin? Bin ich nicht mal mitgekriegt, so. Du musst laufen. So, ich mach hier noch so eine... Au. Heldensucherfall. Au, 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 au. Nein. Ja. Wir haben einen erwischt. So, jetzt mach ich hier so eine Kiste kaputt. Dass wir das andere Turm mal... Ist gut, jetzt locken zu, Ghi. Chill mal ein bisschen. Oh, au, sie kann nicht kommen. Meine Güte. Äh. Weil ich im Moderator gehe, hat er irgendwie ADHS. Unfassbar. Ich geh ja schon auf die andere Lane. Jetzt mach mal keinen Stress da. Der macht voll viel Stress, der Bär. Ja, lass ihn doch. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schade, jetzt gab's noch ein bisschen Krona. Wir warten noch. Uuh. Au, wo. Wie soll ich dann hier verteidigen? Ich hab ja nicht mal fallen. Piff. Puff. Puff. Oh, das ist Rift. Oh, wir haben eins upgradeet. Warte, ich stresse euch mal. Äh. Platziert Schergen. Platziert Schergen. Dimm, 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 dimm. Ich habe keine Fallen hier, aber ich muss verteidigen. Ah. Na, 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 na. Der Schaden für blöd Schergen ist von 50% reduziert. Hier ist ein Geist. Der Schaden für den Geist. Der Schaden für verschlingt. Äh, äh, äh. Töte den Geist. Bam. Nochmal. Oh, Benni, Benni. Da kommt gerade ein Geist. Ja, ich brauche Hilfe. Warte, warte, warte. Äh. Stirb, stirb, stirb. Nein. Er hat noch so wenig Leben gehabt. Toll. Da ist jetzt Max. Ich habe kein Mana mehr. Ich kann da nichts tun. Ich kann da nichts tun. Probieren. Bam, 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 bam. Da sind vier Leute. Da sind vier Leute, Benni. Zurück, zurück. Ja, ja, lass es. Lass es. Tut es. I have a bad feeling about this. Ja. Bäm, 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 bäm. Das ist immer schade. Wenn man mit der Schaumann über Star Wars redet, hat die halt nie eine Ahnung. Du weißt gar nicht, was man meint dann. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ein ganz mieses Gefühl. Okay, wer bin ich jetzt? Bukkali, Bukkali, oh. Aber sie hat doch auch, ähm, Star Wars Battlefront gespielt. Oh, 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 oh. Ja, ja, da muss man aber nicht Star Wars kennen. Ja, aber da kam. Musst du ihr das ein bisschen erklären und so, damit sie nicht so ganz ratlos dasteht. Toll, hier sind drei Leute. Wie soll ich hier dann ordentlich verteidigen? Überwegs. Der Bär gibt doofe Tipps. Ich brauche erst mal Geld, bevor ich hier meine Fallen aufstellen kann. Boah, ihr rietst voll nach Grillzeug. Was? Schlimm, ey. Oh, 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 oh. Komm mal gerade runter. Ich bin jetzt da oben fertig. Oh, je, oh, je. Du musst weg. Benilo, Flampe. Da ist ganz viel. Oh, Gott. Ich werfe mal so Zeug runter. Und voll daneben. Yay. Wie das aussah. Ich habe das Dynamit geworfen und so die ganze Zeit geguckt und gewartet, bis es explodiert. Aber es ist nicht explodiert. Erst am Ende, als es schon zu spät war. Na, 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 na. Schade, dass ich jetzt nicht sorry bin. Dann könnte ich den runterschmeißen. Mit Smulder und do sorry. Jetzt können wir sie alle töten. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Hä? Der Bär hat ihn getötet? Der Bär war gar nicht da? Was ist los? Ja. Ach, ich bin schneller, wenn ich das mache. Ich bräuchte hier halt. Der ist eingefroren. Oh, ja. Nein, 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 nein. Oh, ja. Oh, ja. Kannst du die hier hinstellen? Ja, genau da. Danke. So. Punkte. Punkte. Der stirbt hier bei meinem Geldautomat. Gelderzeuger. Was auch immer. Oh, oh. Der andere, der andere, ähm. Schreien, der andere schreien. Lockenzugi. Lockenzugi, jetzt schalt mal einen Gang zurück. So, denn du verlierst wieder deinen Moderator. Schreien, 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 schreien. Ich kann nicht zu dem einen schreien. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich gehe von hier los. Oh, nee, das schafft ihr nicht mehr. Ja, oder ihr haltet die anderen irgendwie auf. Ich bin sehr langsam. Ja, warte. Schnell, schnell, schnell. Bring da drauf, du blöde Elfe. Nein. Nein, das war so knapp. Immer ein kleines Feinchen schießt auf sie von außen. Und so könnte ich sie irritieren. Ja. Mann, warum denn immer... Die Bogenschützen, die bringen uns doch gar nichts. Bogenschützen. Immer der Typ, der... Bogenschützen, Bogenschützen. Der Typ, der immer am meisten rumkreist, spielt immer am komischsten von allen. Der Bär? Nee, achso, nee. Die Bogenschützen hat das mal geändert. Achso. Oh, oh. Hier kommen böse Wölfe. Vorsicht da. Trink mal einen Kakao-Locken zu hier. Wölfe. Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt kriege ich immerhin ein bisschen Kombo. Oh, Alter. Toll. Wölfe. Geht weg. Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Aus dem Nichts. Sehr gut. Den ihr aber auch. Oh, wir haben was gegnerischen Wächter besiegt. Yeah. Endlich. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Muss erst mal über. Aber da gefällt mir sehr gut der Platz, Mike. Ja. Warum bist du eigentlich nicht am Pillagen? Ach nee, du bist ja... Warum haben wir eigentlich keinen Blackpaw? Du. Ich bin ein Verteidiger, weil keiner Verteidiger wollte. Verteidiger des wahren Blödsinns. Der Benni hätte Verteidigung gehen müssen. Oh, ist da jetzt ein Boss? Da ist, glaube ich, ein Boss. Okay, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Jacqueline. Da ist ein Boss. Ich muss aber kurz her hingehen. Sonst bin ich gleich tot. Was, was, was? Der schmeißt da mit einer Axt aus 500 Meter Entfernung und trifft mich. Ja, klar. So. Ich helfe ein bisschen. Ich helfe. Ich bin keine Hilfe. Der Boss. Geh weiter. Oh, die nächste Runde. Die sind jetzt nämlich alle am Angreifen. Eben haben sie nämlich alle verteidigt. Ab in den Angriff. Erhöht die Begegnungsschreie für drei Sekunden. Verschlinge für zehnmal Stapelzeile im Blutbad. Erhöht die typische manche Rüstung im Stapel im Blutbad um. Na, da sind schon wieder... Oh mein Gott. Er flammt dich. Wer flammt mich? All dem. WTF all dem. All dem. All dem. Ich weiß nicht, was der will. Was hast du denn getan? Ich weiß es nicht. Der ist voll... Der ist voll... Keine Ahnung. Der ist voll gestresst, der Bär irgendwie. Unspawn? Hä? Keine Ahnung, was der meint. So. Ah, ich hab kein Mana. Ich will einen Tunnel bauen. So. Und der Bär lässt nach in seiner Verteidigung... So. So. Also mein Schild... Äh, mein Tunnel hat jetzt ein Schild. Hä? Die haben alle voll den Stress ab. Ah, falscher Knopf. Wie, wie, wie. Räuchte Hilfe. Der Typ mozt glaube ich, dass ich nicht verteidigen gekommen bin. Aber wir brauchen halt Angreifer, sonst verlieren wir sowieso. Ja, eh. Oh, hier, Schreine können eingenommen werden. Oh, geilo. Ich komm gleich, wenn ich die hier getötet hab. Küsst ihr. Nimmt den Schrein. Zum Schrein mit euch. Was ist jetzt? Wir spielen doch... Hä? Mein Stream ist ausgegangen. Was? Wie ist das denn? Okay. Gerade gar nicht. Was passiert? Das ist auch nicht. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ui! Fangen wir. Nido, du kannst ruhig in den Angriff gehen. Der ist mir nicht gewachsen, wenn ich wieder einen Mana habe. So. Mana. Na, okay. Ich töte die erstmal. Bim! Was? Sie haben unser Tor zerstört. Komi, verstehe ich nicht. Papp, papp, papp. So, gehen wir zum anderen Schrein. Hier ist Mulder. Scheiße! Was ist los? Mein Stream war aus. Ich weiß nicht, warum. Oh. Hast du ihn wieder angekriegt? Ne, ich weiß nicht. Komm, wenn du nicht... Nein! Ah, hallo, hört ihr mich? Es tut mir leid, mein Stream war einfach aus. Ne, ich meine meine Zuschauer. Wir sind ja beide am Stream. Das ist hörend. Okay. Nein, ich war gerade beim Schrein angekommen. Oh, wer tut denn die große Minions rein? Ich brauche doch keine Minions! Unfassbar! Unfassbar! Ja. Fuck. Fuck. Mann! Sterb! Don't, 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 blaze. I need small Minions. So. Ja, manchmal macht mein Twitch einfach mein Stream aus. Es läuft zwar noch an OBS, aber Twitch selber ist dann aus. Das ist komisch. Aber es hat auch wieder ewig gedauert, wenn ich es gesehen habe. Toll. Na, egal. So. Sie haben unser Tor zerstört. Was macht der Bär eigentlich? Ich dachte, der wollte die andere Seite verteidigen. Der Bär. Der Bär her, 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 her. Bär, Bär, Bär. Geh mal links. Wo ist besser? Links oder rechts? Äh. Alle links. Hat jemand hier eine Glühfe zum Hinmachen? He he. Eine Glühfe? Ich habe schon eine Glühfe gesetzt. Hier nicht. Was ist he he? Was passiert? He he? He he he. He he. Der Torbrecher kommt. Oh, Torbrecher. Oh mein Gott. Der Torbrecher kommt. Man kann auch einfach den notigen Hufe nehmen. Der ist doch besser als der Torbrecher. Ja. Nur wir haben jetzt das Torbrecher-Problem. Ja, er kommt natürlich auf meiner Seite. Angriff, meine kleinen Minions. Angriff, vorwärts, zum Sieg. Da, bla, 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 bla. Das war ein bisschen zu früh. Hör auf. Ich muss den Torbrecher kaputt machen. Ja. Der Torbrecher. Ja, ich habe keine Mana mehr. Warum? Na? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg, Mann. Geh weg. Komm schon. Nein, 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 nein. Benni, 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 ich komme, Benni, ich sprieh ihn ein. Kommen wir denen auch noch. Er ist totgestellt. Ah, da kommt der Bär endlich mal. Bleibst du hier, ich geh runter, oder? Ach, du... Tun die mir denn weh? Ich mag das nicht. Bin tot. Kleine grüne Orks. Ja, der Torbrecher hat das Tor kaputt gemacht. So. Was macht denn der eigentlich? Der Bär war da, aber hat irgendwie den Torbrecher verzeiht. Der Torbrecher ist gleich tot. Sehr gut, du hast es gemacht. Was ist denn los? Er hat das Tor kaputt gemacht. Ach so, nein, schlecht. Ja. So. Sehr gut. Meine Moderatoren arbeiten ja endlich mal. Ja. So, Mitsu, kannst du vielleicht nochmal den Link für diesen SW-Tor-Fanfilm posten? Oder kann man sich da nicht mehr anmelden? Ja, doch, kann ich. Meinst du diesen SW-Tor-Fanfilm, ach so. Da gab es doch irgendwie so einen Star Wars-Lightsaver-Fight, das ist irgendwie recht neu, oder? Ach so. Ja, den habe ich schon gesehen, aber es ist ein In-Game-SW-Tor-Fanfilm, der bald produziert wird. Ich mache gleich den Link. Also auf Twitter habe ich den Link und auf Facebook, ihr könnt da auch sonst reingucken, wenn ihr nicht warten wollt, bis ich hier fertig bin. Soll ich da oben schon mit angreifen, oder soll ich lieber hierbleiben? Lohnt sich das noch, zu kommen? Benni? Benni! Ja. Sehr gut. Immer. So, Regim. Hallo, Regim. So. Lockenbezug, der Trick ist folgendes. Okay. Erwähne diese Leute gar nicht, okay? Mach einfach deinen Job. So. Lockenbezug meine ich. Habe ich Benni gesagt? Ich weiß es nicht. Bin jetzt verwirrt. Ich sterbe schon wieder. Was? Smolder ist hier und macht Sachen kaputt. Ich glaube, es hackt mit dir. Ich glaube, es hackt mit dir. Hör auf, Smolder. Hör auf und stirb. Lockenzuggi, die wollen Aufmerksamkeit. Und wenn du die erwähnst oder darauf reagierst, dann machst du es nicht auf euch besser, sondern du bespaßt sie. Deswegen einfach ignorieren. Hör auf und stirb. Das ist Rätselslösung. Ja, ignorieren ist immer die beste Lösung. Genau. So. Den Lockenzug mehr zu stören als mich. Kriegt, äh, okay. Kriegt ihr den Schrein? Nö, oder? Nö. So. So, ich konzentriere mich mal hier ein bisschen. Ich bin nämlich richtig, richtig scheiße momentan. Komm, ich komme. So. Boah, geil. Der gefällt mir Blood Spike. Blood Spike, der Brutale. Bist du brutal genug für ihn? Deine Falle ist, deine Falle ist. Den Punkt da nehmen wir heute. Hoch, 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 hoch. Drauf. Warum ist der hier nebenher drauf? Jetzt nehmen wir die andere Seite ein hier. Pappnasen da hinten. Ja, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Hauptsache beleidigend. Mach einen Pass rein, mach einen Pass rein. Bin dabei. So. Yeah. Tja, nehmt das, ihr komischen Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob die da fallen hatten, aber doch haben sie. Haben sie, haben sie, haben sie. Was kommt da jetzt? So, jetzt konzentriere ich mich mal. Oh, Fum. Oh, Fum, de Stinker. Ih, du Stinker, geh weg, du Stinker. Oh, sehr gut, ey. Du bist jetzt Blood Spike, du musst jetzt wie Blood Spike sprechen. Ähm. Oh, wir töten jetzt Menschen. Geh weg, du Stinker. Oh, mein Kopf tut weh, kann mir den jemanden abnehmen? Mein Kopf tut weh, kann mir den jemanden abnehmen? Hm. Du musst dir mal seine Witze anhören. Ich weiß gar nicht mehr, was er für Witze hat. Wie macht man das eigentlich mit den Witzen? Ähm, spielst du auf Deutsch? Ja. Dann Slash Witz. Das wird immer so. Guck mal, jetzt haben, ja, geil, jetzt haben wir die beiden wichtigsten Marikaden weg. Oh Gott, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was ist passiert? Oh, ich komm noch mit, ich komm noch mit. Was gegessen? Vielleicht schau ich dann. Ich brauche Hilfe. Medi, Medi, Medi. Medi, Medi. Ich renne. Hier spricht die Frontlinie. Wir brauchen sofort Verstärkung. Der Bär kommt. Der Bär ist auch da. Alle sind sie da. Hier kommt Unterstützung. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Vorsicht, Smolde. Unterstütz. Los, spring drauf. Nee, tu's nicht, tu's nicht. Tu's nicht. Spring drauf. Kein Mana mehr. Mana, Mana. Hm, 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 hm. Mana, Mana. Dibdi, dibdi. Es ist so laut. Dibdi, so laut, so laut, so laut. Nö, 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 nö. Ich schaue jetzt an. Ich muss weg, ich muss weg. Äh. Ich bin da mal weg. Wir springen hier runter, so ganz schnell. Und das ist ein Magier und wir haben Probleme. Geh weg, geh weg. Ui, 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 ui. Wayne. Alle sind hier so böse. Oh, oh ja. Bip, 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 bip. Ich bin runtergesprungen. Es hat funktioniert. Bip, 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 bip. Es hilft, es hilft. Es hilft auch nicht. Oh mein Gott, war das knapp. Hallo, Signara, wie geht's dir? Hallo, Dani-san. Hallo. Immer Daniel-san. Daniel-san. Daniel Radcliffe. Daniel. Uuuh. Ne, der ist eigentlich ganz cool, Daniel Radcliffe. Ja. Aber ich fand den als Harry Potter scheiße. Aber... Da war er ja noch ein Kind. Ja, aber bei den jetzigen Filmen ist das ziemlich cool, die er macht. Wie Horns oder wo er dieser russische Arzt ist. Das ist richtig gut. Horns hat mich voll verwirrt irgendwie. Du musst mal den gucken, wo er so ein russischer Arzt ist. So bei der Revolution in Russland. Das ist super gut. Richtig krass. Revolution. Revolution. Nein, nicht die, nicht die. Aber eine andere. Da. So, wir gehen wieder links pushen. Mitte ist hier irgendwie... Jetzt hab ich immerhin wieder Geld. Mitte haben wir gar nicht. Eine Falle ist, eine Falle ist, eine Falle ist, eine Falle ist. Wir haben das Lippe erreicht. Benni, zehnmal besser als ich. Lauf, Benni, schnell. Ich decke dich. Ich absolviere den Schaden. Ich will auch, ich will auch... Oh, Schreiner. Ich geh zurück. Ich hol den rechten Schrein. Dann belagern wir ihn mal. Komm, steh auf. Komm, alter Mann. Komm, alter Mann. Da ist Mord. Wir blockieren ihn nach oben und unten. Toll, da sind so viele hier. Ich bin, glaub ich, gleich tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bleib hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gestorben. Sehr gut. Oh, dein Mikro spinnt gerade irgendwie. Also manchmal macht er ein knacktes bisschen. Es kann auch an mir liegen. Sag mir, wenn du das auch hörst, Benni. Dann weiß wenigstens, ob es auch an mir schon war. Ist okay. Rede ruhig jetzt. Sei nicht ruhig. Ich meine nur. War keine Aufforderung zum Schweigen. Ja, ich glaube, du bist bei mir ziemlich laut. Ich hab dich mal ein bisschen leiser gemacht. Ja? Zumindest sieht's bei OBS so aus. Ja. Da hast du den vollen Ausschlag. Ja. Aber bei Teamspeak muss man, ich muss dich auch immer lauter machen. Alle, die im Teamspeak sind bei mir immer. Das ist ganz komisch. Okay. Ja, das muss ich auch machen. Ich hab, ich glaub, du bist bei mir auch schon auf, keine Ahnung wie viel, plus Dezibel, was auch immer. Äh. Plus 2,5 bist du bei mir. Hilfe! Oh. Hilfe! Oh. Was ist hier los? Nein, Penny! Ich helf dir mal, Bärchen. Ich kann irgendwie schon Fallen setzen. 7.000 hab ich. Achso, Fallen sind voll, ne? So. Die nehmen den Schrein ein, den Schrein, den Linken. Nein! Nein, Schrein! Schreien! Jetzt! Äh. Ich kann ihn nicht lange halten hier. Ja, ich versuch den anderen. Der Bär kommt noch zu dir. Oh Mann, ist der übel geworden. Der Bär wurde irgendwie gewaffter. Alter, das macht ja so viel Schaden. Der hat einfach mal Hogarth weggelegt. Ja. Ja. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Wer stirbt zuerst, wer stirbt? Nein! Er hat nur noch voll wenig Leben gehabt. Verdammt. Holt ihn euch. Er ist fast tot. Oh. Der Master ist gerade auch gestorben. So, übrigens spielt ihr heute eigentlich noch SW-Tor im Stream. Äh, im Stream nicht. Aber vielleicht spiele ich danach noch SW-Tor einfach so. Mal gucken. Wenn ich noch wach genug bin. Aber es ist heutzutage eh zu warm zum Schlafen gehen. Oh ja. Viel zu warm. Wie sag ich das Ritte bei euch da unten? Sonnig. Warm. Zu viel Hitze. Oh, und aber, okay. Eigentlich die letzten zwei Tage hat's viel geregnet. Hilfe! Hilfe! Hilfe? Also da. Du müsst hier hinkommen. Ja. Ich versuche zu helfen. Wir versuchen alle zu helfen. Töte die! Ist der jetzt tot? Nein! Oh, nee. Aber ich muss, ich muss verteid... Okay. Nein. Hä? Wieso wird der jetzt... Okay. Dann bleib ich halt hier stehen. Ich muss aber irgendwie noch in die Verteidigung gehen. Aber heute alle, dass ich Total War heute noch streamen. Unfassbar. Total War? Ja, Warhammer. Oh, 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 oh. Aber ich mach's am Mittwoch. Ich bin... Ah! Verdammt. Hogarth ist hier. Und... Toll, ich kann gegen den grad nix machen. Kann ich grad nicht. Ich bin fast tot. Bea, hilf mir. Toll, ich hab auf mich selber ein Dynamit geschmissen. Hä? Hogarth ist weggesprungen und weggelaufen. Okay. Er kommt hoch, er kommt hoch. Er ist da unten immer noch. Ja, ich seh ihn. Ich schmeiß einfach mal. Huch! Werden da gerade Minions durchgekippen auf der einen Seite? Da sind Minions da durchbrechen auf der einen Seite. Ja, ja. Ich hab mich so sehr darauf konzentriert, warte ich. Kommi! Was geht hier? Wir haben den Schrein. Oh, oh, oh. Ich muss jetzt... Nein! Einer ist durchge... Oder? Oder auch nicht. Keiner ist durchgekommen. Aber jemand muss die Türen wieder zumachen. Hat der Typ alleine gerade zwei Spieler getötet? Wow. Also. Benni? Wenn du da stehst, mach bitte die Tür zu. Mach die Tür zu. Benni? Benni ist... Wie er schon disconnected ist, weiß ich es nicht. Schlecht. Ah, stimmt. Ja, er hat ja gemeint, er hat irgendwie eine schlechte Verbindung. Nein, die Türen sind offen. Der ist doch eigentlich bis jetzt jedes Mal disconnected. Disconnect die. Ah, er ist wieder da, oder? Sehr gut. Er bewegt sich. Sehr gut. Ja! Oh mein Gott, ja! Du bist die Rettung. Was denn? Tür zu. Oh, ich muss gleich. Ich mach das jetzt einfach hier. einfach, damit ich mir mein Schild holen kann. So. Und dann gehe ich wieder in die Verteidigung, so. Was ich eigentlich hätte können sollen. Mann, der Eisbär ist vielleicht übel. Bin der nicht mehr? Ja, der Eisbär. Wer dann? Sie haben die Tür kaputt gemacht. Gut, und ich versuche zu pushen. So. Ja, was? Ich halte mir zu. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla. Der ist ja immer noch da. Der ist ja immer noch da. Ich hab' ich schon mal erzählt. Ich hab'n Kumpel oder einen ehemaligen Freund. Sein Spitznam ist auch Mitsu. Oh. Ja, keine Ahnung. Aber aus anderen Gründen wahrscheinlich auch nicht. Naja, hat nichts mit Anime zu tun. Das ist... Ha, du hast mich getroffen, du Hund. Und... Hier sind ganz viele Leute. Oh mein Gott. Und hier ist ein Boss. Oh oh. Oh no. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich muss weg. Ich muss weg. Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Wieso, wieso, wieso geht die Sonne an den Rand? Wieso, wieso? Und wieso ist sie hier runtergesprungen? So. Oh oh, der Boss ist hier. Das ist nicht gut und ich bin tot. Was ist eigentlich mit Smulder los? Hat er irgendwie einen neuen Angriff bekommen oder sowas? Eigentlich nicht. Ach ne, die hat diese Explosion gemacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm durch. Nein. Nur war ich so lang bei dem einem... Nein. 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 Nein, 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 nein. Aber für mich war das sowieso nur eine Kennenlernrunde. Die nächste wird richtig. Dann machen wir ernst. Dann machen wir ernst. Und dann stellen wir den Gang auf schnell. Auf Turbo. Da gab es auch mal dieses ferngesteuerte Auto. Ich habe mein Auto. Und das fahre ich immer herum. Und wenn ich mal groß bin, dann stelle ich es auf Turbo. Und dann fährt es noch schneller. Stimmt. Und dann muss ich irgendwie warten, dass ich 16 bin, dass ich es auf Turbo stellen darf. Turbo. Es gibt doch auch bei diesem einen Film von Pixar, der einen, der Turbo heißt, der Bösewicht. Racket, Ralf? Ne, das doch. Ach, ne, das habe ich nie gesehen. Ralf, äh. Wie heißt das denn auf Deutsch? Ich weiß nur, wie es auf Englisch heißt. Ich weiß, was du meinst. Ralf macht's kaputt oder irgendwie sowas. Ralfi. Ralfi. So, jetzt machen wir. Ralfi, 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 Ralfi. Jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir ernst. Jetzt aber. Und du machst Blackpaw, ist das klar? Ja. Und der Benni geht Hogarth verteidigen. Nein, du kannst nicht machen, was du willst. Nein, du gehst da hinten. Ja. Was soll ich? Wir werden 10. Ich muss mit der Miet zu Angriff gehen. Oder wir gehen alle Angriff, wenn's geht. Ja. Genau. Pillagen, Benni. Ja. Genau. Und der geht auch noch Deffen. Ja. Endlich. Kassik, das ist der Typ, der eben den Bären gespielt hat, oder? Ich weiß gar nicht. Äh, ne, ich glaub, der hieß anders. Hör, was ist denn? Wähler eine Belohnung für dieses Match? Ach so, ja. Man kann sich jetzt Belohnungen aussuchen, was man am Ende bekommt. Das ist mal ne gute Idee. So. Da, 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 da. Ich trinke gerade Cola, Dani-san. Cola Zero. Ich trinke Wasser mit Zitronenstücken drin. Oh, geil. Das ist super. Das hab ich auch ewig lange gemacht. Das ist so gesund. Und dann noch mit Eis, oder? Ah, Ralf Reichts. Genau, MMI Nator kennt den Film. Ralf Reichts. Genau, so heißt er. So, hallo Sidious. Oh, ein bisschen strecken. Da. Da heißt der Bösewicht Turbo und da heißt es dann, oh mein Gott, er hat doch wohl nicht den Turbo gemacht oder so. Ja, doch hoffentlich nicht doof. Ich hab mir ein Kissen unter meinen Arsch gelegt, das ist schon so flach, das bringt schon gar nichts mehr. Ich hab's tot gesessen. Ja, ich wollte mir, ich wollte morgen in die Stadt gehen und mir ein Kissen kaufen, weil ich hab nur dieses, ähm, eine längliche Kissen, länglisch, und das ist ein bisschen doof. Und ich wollte nicht kaputt sitzen. Ja, weil da, da sind, ähm, Dingens drauf. Äh, was essen Pandas? Bambus, genau. Bambus ist da drauf auf dem Kissen. Was essen die Pandas? Das hab ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Was essen nochmal die Pandas? Bambus-Sprossen. Es sind nicht Eukalyptus? Ja, das auch, oder? Eukalyptus essen die doch, oder? Ja, aber, aber egal. Nein, Eukalyptus essen die Koala-Beeren. Eukalyptus-Bambus. Ja, genau. So, wie geht's euch so? Der Dani will gleich auch, ich trinke halt die Cola Zero und der kriegt halt Durst. Mir geht's gut. Allemal geht's, glaube ich, auch gut. Okay, gut. Mir geht's gut. Ja. Benni auch. Benni auch. Alles gut. Oh, Unchained Fortress. So. Also, wenn ich keine Kissen kaputt mache, dann schlagt mich und schreit mich an, dann... Mach Kissen kaputt! Ja. Ne, ne. Ich erzähl jetzt mal einen Witz. Erzähl. Ich mache keine Witze. Ich mache keine Witze. WTF? Was ist denn hier schon wieder los? WTF, was? Was hat denn denn für Witze, Alter? Was hat er denn gesagt? Pst, pst. Er ist ruckelt gerade wieder. Ah, okay. Es geht ein Kobold und ein Oga zusammen durch den Wald. Sagt der Kobold, äh, ist so dumm, ich habe Angst, ich will nach Hause. Und dann sagt der Oga, was denkst du, ich muss den ganzen Weg alleine zurücklaufen. So, äh, äh. Ja, das hatte ich auch mal, dass da plötzlich überall stand, der und der hat das Spiel verlassen und der und der hat auch das Spiel verlassen. Dabei war das gar nicht so. So, laden die Gegner mal. Wann geht's hier los? Ich will Blut schmecken. Los. Auf Englisch hört er sich viel witziger an. So, Sidious schreibt, okay, habe Langeweile. Aber egal, Fußball läuft. Was? Fußball läuft? Wer spielt denn heute? Achso, ist nicht Europameisterschaft oder so? Keine Ahnung, ich bin nicht so der Fußballer. Ich habe die Karte geändert. Alter, was ist denn hier los? Ja, das ist jetzt kürzer, der Weg. So, äh, was willst du denn haben? Achso, ja, die habe ich auch. Die habe ich auch. Kriegst du deine Orks? Oh, das ist auch neu aus. Ich habe Woll gewaschen. Ja, gut. Kissen kaputt machen. Hallo, Benni. Hallo, hallo, Benni. Hallo, hallo, Benni. Alter, wie das auch passiert. Hä, 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 hä. Okay. Toll. Noch so viel Zeit. Ich bleib so lang. Oh, hier ist Midnight irgendwo. Ich habe sie gesehen. Ich habe die Falle gesehen. Always look on the bright side of life. Midnight kann mir... Aber nichts, weil ich der Tank bin. Weil ich der Tank bin. Und der Benni ist Hogarth. Da ist Midnight. Da beißt sie sich die Zähne aus. Die blöde kleine Pussy. Ist ja eine Pussykatze. Ja. Ja, okay. War ja keine Beleidigung. Es war eine Beschreibung. Midnight will mich bestimmt töten. Ja, wahrscheinlich. Ah, sie ist nicht da. Okay. Alles ist gut. Ich mache Kissen kaputt. Damit das zweite Tor aufgeht. So. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Spannung. Muss sie, muss sie. Ist sie tot? Aber da ist sie. Da ist sie. Ich gehe von der anderen Seite ran. Da kommt's. Kesselt sie ein. Ich sehe es auf der Karte. Das sieht lustig aus. Oh, wunderschön. Oh, Benni. Du machst mich so glücklich. Mach ich glücklich. So. Ich helfe euch mal. Hallo. Hier habt ihr noch einen Wolf. Ihr könnt ein bisschen weniger aushalten. Ich denke, Rückzug, Benni. Lauf. Die Katze ist noch hier. Das müssen wir nicht vergessen. Rückzug. Machen wir Orphan, wenn wir wieder einen Boss haben? Oder hat jemand andere Ideen? Ähm, ich habe auch nur Orphan, glaube ich. Und den, ich habe, glaube ich, auch noch den Speed-Ding. Aber müsste ich gucken. Irgendwie diesen Feuerlord. Nein. Feuerlord. Nein. Doch, da ist, äh, wir haben ja einen Smolder im Gegner-Team. Smolder kann nicht so viel gegen Feuer tun, weil sie selber Feuer macht. Also, was ist man immer denken, ne? Hallo, meine kleinen, meine kleinen Orkis. Mann, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich hin bin. Midnight kommt zu euch. Midnight kommt zu euch. Vorsicht. Warte noch, Benni. Wir machen noch gerade hier. Wir müssen ja immer ein bisschen bei den Minions bleiben. Ja. Los geht's. Bam, macht sie kaputt. Yay. Alter, sehr gut. Da kommt einfach die Mietz. Da ist Midnight, Midnight, Midnight. Kaputt. Wow, so viele rote Kreise. Rote Kreise. Doch gar kein Thumbnail. Rote Kreise und Pfeile. Oh, 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 oh. Okay. Weg hier. Au. Aber wir haben den Guardian schon häufig zugesetzt. Oh, halt meine Axt, Benni. Oh, ich muss ja eigentlich auch Orkisch sprechen jetzt, ne? Ja. Stimmt ja, eigentlich muss ich das ja einbehalten. Die Sprache der Orks. Grunzen. Oh, Midnight ist hinter mir und will nicht töten. Das stimmt, was wir den Stimmen verzerren. Oh, was ist denn da los? Hier sind jetzt ganz viele Orks auf der linken Seite, falls du die haben willst. Ich mag Orks. Weil du die in ein leckeres Mahl verwandeln willst. So reicht. Das nervt. Hilf für mich selbst. Holen wir eigentlich das Krogon nach dem Angriff? Oder nicht. Oder doch. Oder nicht. Ich geh auf jeden Fall mit den Orks hier mit. Ah, ich brauch mir das kleine Ding gar nicht zerstören, aber... Hallo. Guardian. 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 Benni, Benni, Benni. Oh, ich... Benni, hau auf. Nein. Benni. Lauf, Aldemar, du fetter Ork. Nicht Oga, ich wollte Oga sagen. Oga, Oga. Und, 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 und. Und los, schnell laufen. Oh, oh, okay, da müssen wir abfangen. Scheiße, ich hab grad keine Liebesnäcki. Abfangen, Benni. Das Krogon... Ja, ja, ja. Aber das Ding ist, ähm... Das können wir jetzt nicht mehr aufnehmen, wenn die... äh, sterben. Ah, das war gut, weil es auf einmal so... Ach, daneben, daneben gibt's nicht. Komm, äh... Gibt's nicht. Ihr wagt ist Bodyblock. Ja. Hä? Bei mir klopft jemand an die Wand. Warum? Bist du zu laut? Ich bin zu laut für die Leute. Ausziehen. Neue Wohnung. Oh, Midnight, hallo. Hallo, Midnight. Was für ein schöner Zufall, wie sie jetzt... So, sie ist weg. Hinter uns, Leute, hinter uns. Wo ist sie? Da ist sie. Jetzt blutet sie, glaub ich. Gebt nicht. Komm schon. Ich treff nix, ey. Endlich. So. Wir sind ein paar Nasen. Angreifen, ja. Hauen so 500 Mal daneben. Ey, du bist auf meinen Kopf draufgesprungen. Nein. Doch. Ich dachte, ich kann nicht wie eine Schildkröte bei Super Mario kletten. Du, du. Du, 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 du. Du. Ach so, nee. Jede leckere Malzett, blablabla, blablabla. Schaden an fünf Minuten. Rein. Rein in den Kampf. Hallo. Hallo. Piu, Piu, Piu. So. Wir haben ja gesagt, jetzt machen wir ernst. Das ist zu laut gerade einfach. Das ist ernst. Oh, lecker Schweinchensteaks. Ah, wusstest du übrigens, du siehst ja das Schweinchensteak, aber alle anderen Spieler sehen ekelhafte Eingeweide. Ach so. Weil nur für Platz, 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 ihre Mahlzeit, weil er denkt, ähm, sich das vorstellt. Ja, ja, klar. Delikatesse. Und für die anderen ist das halt voll eklig. Ich geh mal das andere Lager upgraden und dann gehen wir, lass uns die zweite Lane pushen, Benni, oder? Ja. Die Helmchen-Lane. Ach. Helmchen. Mach nur hier gerade ein Upgrade. Ach so, ich mach hier mal mein, meine Glühfe hin. Und dann geht's los. So, geht weg. Los, Benni, los. Was willst du? Los, schneller, Benni. Komm, komm, komm. Magst du meine Feistchen? Komm, komm, komm. Das sieht auf jeden Fall cooler hier aus. Egal, weiter. Wieder immer raus rein, raus rein. Komm doch, komm doch. Wow. Wie du eben an mir vorbeigehandelt. Wer hat so einen Helm an? Wo haben die denn her? Wer hat einen Helm an? Ach, das ist Blutung. Ah, okay. Ah, der blut? Ah, okay. Das hat mich noch erwischt. Ich war da nicht mal drin. Nee, eigentlich nicht. So, noch drauf, 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 drauf. Ich halte das aus. Sehr gut. Wir brauchen das eigentlich gar nicht zerstören. Machen wir hier ein paar Kisten kaputt. Ja, genau. Das ist eine wundervolle Idee. Da kommt wieder das Ding ein. Will das Tor reparieren, schieß aber auf uns, damit wir ja zurückkommen und ihn da nerven. Hallo. Warte, ich brauche Heilung. Gib mir mal dein Leben. Wie viel der abgezogen bekommen hat. Ja, der Biss macht so viel Schaden. Hä? Von woher? Was, Mist, nein? Die kann das unsichtbar? Ernsthaft? Seit wann kann die das denn? Alter. Die hat da ne Falle hingebaut. Und mich dann direkt gekillt, wenn sie das so gemacht hat. Ja. Komm nur raus, Midnight. Komm nur. So. Bin wieder da. Midnight ist sicher wieder unsichtbar hier. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht vor der Katze. Lauf schneller, Alter, mal. Ich wette. Was ist hier irgendwo? Katze, 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 Katze. Komm her. Wo hinter uns? Miezi, 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 Miezi. Miezi, 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 Miezi. Die haben ja Heldensucher. Äh. Äh. Voll uncool. Oh, 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 oh. Der Rad ist größer geworden. Kann sein, oder? Von dem Wächter? Ja. Start weiß ich nicht. Mich auf Uhren. Für mich sieht der irgendwie gleich aus. Mann, diese doofe Heldensucherfalle nervt. Au, au, au. Ich geh zurück. Ich geh auch zurück. Komm, Benni. Schmau, da kommt. Benni, schlau. Ich werde nämlich um deine Frau kümmern. Wenn sie sich benachrichtigen und sie trösten. Mhm. Und sie trösten. Mhm. Komm an meine Brust. Ich hoffe, die Augen klein sind. So. Jetzt kommen Soldatis. Ich hab keine Level 2 Orks. Na gut. Ausnahmsweise. Ja. Die eine Runde. Meine Rüstung ist schon. Ich komme. Wusch. Einfach immer in die Schüsse rennen. Oh, ich muss aber nicht meine Glühwe noch setzen. Siehst du? Ja. Oh. Black Power. Hinter dir. Machen wir kaputt. Machen wir kaputt. Bam. Ich hab Heilung. Ich hab Heilung genommen. Oh, oh. Ich muss jetzt auch weg. Kann hier nicht irgendwie was Leckeres vorbeilaufen, und dass ich beißen kann? Muss ich mal kurz hier. Komm raus. Komm raus. Danke. Oh, oh. Midnight macht die Tür zu. Midnight macht die Tür zu. Vorsicht. Midnight von hinten. Komm, wir hauen ab. Wir hauen ab. Midnight. Katzenalarm. Ist hinter mir. Mama. Mami. Ja. Verdammt. Sehr gut. Ich versuche das Talk-Up zu machen. Ah, Gefängnis. So. Benni, Vorsicht. Was ist denn nur die Mieter? Nee. Nein. So. Ach, ich geh auf die Glühfahn, statt jetzt Minions sauf von. Ich bin faul. Ich töte die Minions. Nee, nee. Ich hab die Stacks noch nicht ganz doof. Ich kann Stacks, wenn ich Minions töte quasi, ne? Oder wie? Ja, äh, wenn du schlägst, glaub ich. Auf Minions schlage. Ich muss noch mal, ich muss noch mal lesen. Oh, ein Tunnel. Cool. Ja, mit Rechtsklick. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ach so. Äh. Sechs. Ja. Hallo. Ich muss noch mehr Kisten kaputt machen. Ich will leveln. Ja. Stirb. Vernichtung. Vernichtung. Ja. Wie war das bei Terminator? Was denn? Komm mit mir if you want to live. Was hat er gesagt? Terminate, terminate oder so. You will be terminated. Terminate. Terminated. So. Ich wette, die Katze ist hier gleich wieder um die Ecke irgendwo. Oh, ich muss weg. Eww. Wow. The Guardian is attacking you. Der hat so viel Schaden gemacht. Was macht denn der Stack eigentlich? Ich weiß es halt gar nicht. Macht der mehr Schaden oder so? Oh, wir müssen upgraden gehen. Ich glaube, das addiert sich oder multipliziert sich oder sowas. Der Schaden oder was? Ja. Ah. So wie bei Osiel, da passiert das auch so ähnlich. Ah, er geht auf die Türen. Das ist eine gute Idee. Eigentlich. Na ja gut, was soll's. Für den Orden. So. Du musst ein bisschen Helmkisten zerstören. Das ist nämlich immer noch auf Stufe 2. Ja, ich hab doch gesagt, du sollst mich schlagen. Ach so. Mieto, jetzt gehen die Kisten da zerstören. Ja. Genau so will ich das. So. Gehste. Gehste. Schlägt mich da was? Ach so. Wer spammt denn hier, Dragonplay? Hä? Weiß nicht, er meinte, hier spammt jemand. So. Ich krieg den Sinn in den Chat ja nicht. Ach so. Ja. So. Du bist nichts ohne deine Toten. Irgendwie hab ich mich jetzt geheilt. Ich weiß mal nicht, wieso. Ah, wahrscheinlich durch das Schlagen. Ah, okay. So, rein da. YOLO. YOLO. Oh, hinter uns, Mulder. Ich hab ihn gebissen. Ist tot und er ist tot. Oh, 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 oh. Musst raus. Weg, 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 weg. Nein! Nein, Midnight ist da. Vorsicht. Scheiße. Weg, weg. Hier gibt's eine neue Fluchttroute. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nein, der Wächter hat mich erledigt. Komm, wir springen da runter, Benni. Spring, lauf, lauf. Oh, ist ja okay. Okay, höre. Ups. Okay. Der Wächter ist schon mal tot, jetzt kommen nochmal die Satyren, ne? Die Satyren. Satyren. Also, der... Satyres. Satyres. Hm. Wir könnten den Krogon angreifen, so zum Spaß. Ach, müsste nehmen. Das Gehzeits konnte mich nicht festhalten. Im jeden Fall alle am verteidigen hier. Okay. Ja, ich will nur das Schild haben. Oh, Benni, wo bist du? Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Und bam. Wie ich das auch sag. Panik. Nein, keine Spur davon, ey. Ich bin der Mutigste von allen. Okay, sind alle tot. Wir erleben noch ein paar, aber... Wir können die nächste Lane... Hab ich ganz vergessen, ich muss nur hochgehen. Kommst du raus? Ich brauche ein Schwein! Toll, ich treffe die nicht mal. Danke fürs Schweinchen. So. Smolder ist gerade gestorben und gerade wieder auferstanden. Wow, der geht so schnell down. Nein, Smolder! Mit einem Millimeter. Komm nur raus. Komm raus. Yes. Ist tot. Weiter geht's. Ich brauche jetzt gerade nochmal ein Schwein, bitte. Hier, eine Kiste. Danke. Oh, wir müssen mal Minions reinmachen. Wie isst du das eigentlich so schnell? Machst du das alles mit einem Haps? Äh, ich? Mit einem Haps ist das Schwein... Ich hab... Ich hab... Oh, Midnight ist hier. Du Biest! Du musst abhauen. Ich muss auch wählen. Der Fächter. Ja. Äh, ich... Ah, ich zeig euch, hier ist die neue Fluchtroute. Was ist denn die neue Fluchtroute? Ah, ja, weil es war immer so ein Boss reinmachen. Ja, kannst du gerne machen. Wo? Äh, Helm? So, Miserzuren kommen durch. Hilf mir. Okay. Ha, wir haben was reingekriegt. Jo. Muss ich mal gerade abhauen, bevor jetzt hier... Ich werde jetzt wahrscheinlich von der Pussy getötet. Pussycat! Pussy-mützi-mützi-mütz! Mützi-mützi-mütz! Ah, sie ist da hinten. Nicht gut. Ich habe eben nie zu mits-mütz-mütz verstanden. Mützi-mützi-pussy! Nein. Ja, so, den da machen wir jetzt kaputt. Du bist der Nächste. You will be next. The next. Topmodel. Ein Party-Pupper. Muss mal die, äh... ...besten Arnold-Quotes anhören. Hey, Arnold. Dieser Arnold. Ja, der schwarzen Engel. Oh, ne. Nein, doch nicht den. Football-Schädel. Nicht den Football-Schädel. Doch, hey, Arnold! Arnold! Hä? Ich bin... Oh, ich bin aus Versehen zu den Gegnern gesprungen. Und mach jetzt da ihre Kisten kaputt. Bam, bababam, bababam. Ich bin eigentlich von unten. Und dann kann ich so hochgucken. Und da... Oh, Midnight, Midnight, Midnight. Ja, ich geh bestimmt nicht in deine Falle rein, du... Biest! Da ist ihre Falle. Nein! Hä, wieso kann die Falle mich im Springen erwischen? Wie wird dies da los? So. Gehen. Machen sie das hier mal weg. Hey, hey! Das Teil schießt auf mich. Hey, ho! Oh, ganz viele Schweinchen! Danke schön! Hey, hey, ho! So. So, ist da noch ein Wächter? Nee, ne? Volle Kanne rein! Komm doch mal raus, ich brauch Leben! Danke! Ja, sehr gut! Juhu! Er wischt doch! Im Rift, jetzt muss ich mich weg! Oh, scheiße! Oh, jetzt ist er verhakt! Scheiße! So. Andere Seite! Oh, oh! Small, da ist er. Ja, ich bin hier kaputt. Ach du, Midnight. Midnight! Entschuldigung. Bin tot. Weg hier, weg hier, weg hier. Kommen schon die nächsten Satyren. Haltet das linke Tor auf. Das untere von den beiden. Äh, das da. Das sind so viele. Ja, nee, dann warte, geh ein bisschen zurück. Ich hab mich kurz Zeitung geholt, aber... Hälfte hast du. Äh, ich muss weg. Midnight ist hinter mir her. Direkt hinter mir. Oh mein Gott! Wir haben das Tor immer noch nicht so gekriegt. Ah! Holt sie euch! Holt euch die Katze! Ja, die ist ziemlich hohl. Die haut auf den, äh, mit dem Schild an. Hm. Ich glaube, ich habe Hunger. Wenn man meinen Magen bis in den Stream hört, dann habe ich Hunger. Ah, Mist, ey. Die Satyren, ey. Die sind auch so schnell tot. War, 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 was? Auf der anderen Seite gehen auch Satyren durch. Okay. Die anderen Toren, die sehen es nicht, die sehen es nicht. Jetzt haben sie es gesehen. Mist, Small. Aber das war es. Die kommen nie durch, wenn die beiden irgendwie damit schmücken. Doch, die kommen, die kommen. Ja, siehst du, siehst du. Eins, zwei. Wir waren noch vier. Das war schon. Fünf haben wir noch, glaube ich. Nee, Quatsch. Okay, dann müssen wir noch. Eine Welt, die müssen wir noch. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und gespawnt. Oh, 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 und. Hallo. Oh, 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 und. Hier, was hier? Mein, was? Jetzt Trolle, sicher. Blatt? Mein Blatt. Was, Blatt? Weiß auch nicht. Ich hole mir Small da. Ba, ba, bam. Ba, ba, bam. Wölfe! Macht was! Ich habe euch extra gepufen. Das hat Mana gekostet. Hi. Die sind hier gleich wieder tot. Er blutet jetzt, oder? Nee. Hi. Sehr gut. Töte ihn, töte ihn noch. Oh, Gott sei Dank. Ja, Small da ist jetzt auch noch. Ich greife dann immer rum. Er ist direkt. Ich darf nicht so brüllen, sonst bin ich noch lauter bei dir. Oh, was ist jetzt los? Nein! Was war das denn auf einmal? Oh, 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 oh. Ganz viele, ganz viele Hero Seeker. Ah! Nie! Hilfe! Die andere Seite bricht durch. Hilfe! Oh mein Gott. Ja. Da lang gehe ich nicht. Ja, es könnte nicht. Es sind nur drei, oder? Was? Eine. Wie viel brauchen wir noch? Oh. Wir haben es geschafft. Geh, 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 geh. Ding, ding, ding. So. Das passiert, wenn wir ernst machen. So. Ich bin jetzt fertig, kann nicht mehr sitzen. Ich habe Hunger. Das war die letzte Runde für mich. Machst du noch weiter, oder was? Guten Appetit. Ja, ich mache noch ein bisschen weiter. Ja, werde ich haben. Dankeschön. Ja, gut. Dann bis später, liebe Mitsu. Schaut mal der Mitsu weiter, falls ihr... Kannst du nochmal deinen Link geben hier? Du kannst mich hosten. Ja. Achso, kann ich auch machen. Hosten. Dann haust du jetzt nur die Mitsu. Gibst du mir nochmal deinen Namen, bitte? Mitsuki Motu, oder so? Schreib mir mal bitte hier ein Teamspeak. Ähm. Sehr gut. Gruppensuche nicht möglich. Achso. Äh, wahrscheinlich ist einer von euch noch am Endscreen. Ja, danke fürs Hosten. Bei mir kommt jetzt so ein Yeah. Katzen, yeah. Äh. Benni, du bist noch... Irgendwie im Endscreen drin, oder? Aldemar. Ich werfe ihn mal raus. Es tut mir leid. Oh, er ist von alleine. Ihr könnt hier gerne weiterbleiben, ne? Ah, ich dachte... Ah, ich dachte... Ich bin gar nicht mal hier. Ich dachte, du bist schon essen. User left your channel. Jetzt isst er essen. So schnell kann es gehen. So. Und jetzt? Jetzt geht's. So. Ah, jetzt kann ich ja euch nochmal... Ich sag nochmal was über das Event hier. Und ich... Äh, ihr wolltet ja diesen einen Link haben von dem SWTor Fanfilm, wo wir noch Leute suchen, wo jeder mitmachen kann. Auch, ich glaub sogar, auch wenn ihr nichts über SWTor wisst. Synchronsprecher kann man ja so gesehen auch ohne Vorwissen machen. Zumindest bei dem Fanfilm. So, wo ist jetzt dieser Link? Link, wo bist du? Da ist er. Das ist der Link. Falls ihr da mitmachen wollt, einfach eine E-Mail an besagte Adresse, die im Forum-Thread, den ich gerade geschickt hab, erwähnt wird, schicken. und dann... Ja. Seid ihr auch schon fertig. So. Also, heute hat das Rift-Schlacht-Event gestartet. Wie man hier sieht an diesem riesigen Bild hier. Ähm, ich kann ja nochmal die... Die... weißer alter Sack. Derjenige, der die meisten Erfahrungspunkte insgesamt von allen PvP-Spielen außer Koop gesammelt hat in dem Zeitraum. So, ich sag das jetzt nicht mehr dazu. Das dritte ist dann derjenige, der die meisten Portalpunkte gesammelt hat. Und dann gibt's noch den... Für die PvE-Leute Spielmodus Überleben. Da gilt dann auch Endless. Ähm, die Kategorie Wilde Bestie. Derjenige, der den meisten Schaden gemacht hat. Dann... Ähm, Münzhamster. Derjenige, der die meisten Münzen gesammelt hat. Und Wellenreiter ratet. Derjenige, der die meisten Wellen in dem Zeitraum gespielt hat. Aber es zählt erst ab, äh, Abschluss von Welle 20. Also es reicht nicht, 100.000 Mal Welle 1 geschafft zu haben. Ihr müsst Welle 20 besiegen. Damit das dann zählt. Und jede weitere Welle ab 20 zählt natürlich auch. So. Hier noch was. Nö. Oh, ja. Hast du schön erklärt. Schön. Hat jeder verstanden. So, was gibt's zu gewinnen? Oh, ich kann hier vielleicht die Seite mal rüberziehen. Äh, in neuem Fenster. Na, egal. Ich kann ja auch einfach euch den Link schicken zum Event. Gibt's da eigentlich eine Altersbeschränkung? Bei dem S-Vertor-Fanfilm ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal, als Schauspieler gibt's wahrscheinlich keine, weil man sich da einfach einen Charakter erstellen muss, auf Vanja Wallis-Chain, der einem da noch Bescheid gesagt wird, wie der aussehen soll und so weiter. Äh, nur von der Stimme her bin ich mir halt nicht sicher. Äh, weil wenn man noch jünger ist, hat man halt jetzt nicht so die Sif-Lord-Stimme zum Beispiel, aber vielleicht gibt's auch andere Rollen. Ich weiß halt noch nicht, welche Rollen es alles gibt. Aber, ja. Einfach mal eine Mail hinschreiben und dann werdet ihr sehen, wo ihr gebraucht werdet. So. Ich hab gesehen, Benni, du machst auch mit. Oder? Machst du mit? Benni, Benni, Benni? Benni, Benni, Benni? Ja, ich mach mit. Yay. Ich mach auch mit. Alles gut. Oh, suche deutsche Spieler für Survival, schreibt da einer. Voraussetzung sind Deutsch sprechen und TS haben. Level ist egal. Bei Interesse mich ätten. Ja, aber wir spielen ja gerade PvP. So. Jetzt sind wir eigentlich nur noch zu zweit, eigentlich. könnte es jetzt ein bisschen schneller gehen. Achso, Preise. Ja. Bei diesem Event hier gibt es natürlich noch mega Preise. Hier sind die. der Hauptgewinner, ähm, der Hauptgewinner, der, der Epic-Hauptgewinner bekommt was? Natürlich nichts anderes als ein PC. ein PC, ein PC, eine Maus, ein Mauspad, ein Headset und ein Monitor und eine Optimus-Di-Tasse. Yay. Und Huch, danke fürs Folgen. Huch, danke fürs Folgen. Wer war das? Wer war das? Signera. 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 He. Muss mir sagen, wie ich das ausspreche im Chat, dann kann ich das auch richtig aussprechen. Oh, wir haben einen Weid und einen, der abgelehnt hat. Toll. So. So, die Kategorien. Also, für jede Kategorie gibt es, ähm, erster, zweiter und dritter Platz, die die Preise bekommen. Ähm, der erste Platz bekommt eine Maus und Mauspad und ein Headset. Der zweite bekommt eine Tasse und also, Orgsma Steitasse natürlich und ich wähle hier mal um schnell den Angriff. Angriff oder? Ah ja, okay. Pelletschen. Der hat Random gewählt. Was ist mit dem los? So. Okay. Und der dritte Platz bekommt ein Orgsma Steit T-Shirt und halt noch ein Coupon. Und Verlosung gibt es auch, aber erst wenn, äh, was war die Voraussetzung? Waren das 20 Matches? Ich muss noch mal gucken. Tipp. Tipp. Ähm. Ich finde das gerade nicht. Auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl von Matches gespielt haben. Naja gut, vielleicht wenig später nochmal. so. Äh. Hä? Was ist das jetzt? Ah, okay, so. Draußen werden jetzt Raketen gestartet. Ernsthaft? Was ist, was ist hier schon wieder los? Ist das Fußballspiel schon vorbei und irgendjemand cool ist hat gewonnen oder was? Ich weiß nicht mal, wer eigentlich spielt. Ich will mal gucken. Ah, hier ist der Bug. Dass alle das Spiel verlassen haben. Aber eigentlich sind die da. So. Egal. Europa Meisterschaft. Frankreich und Rumänien. Ne, das kommt erst in drei Minuten. Frankreich gegen Rumänien. Aber egal, ich kenne mich da eh nicht so aus. Oh, es gibt sogar eine Video-Vorschau. Was es nicht alles gibt. Und morgen ist Albanien gegen die Schweiz. Und wann spielt Deutschland? Irgendwann. Oh, am Donnerstag. Gegen Polen. Okay. Sind wir wieder schlauer geworden. Ich guck's eh nicht. Aber wir wissen's jetzt. Wow. Ich geh dann wieder und ich bin wieder unterwegs und pillage. Oh. Oh nein. Ich will nicht Elite-Spieler sein. Das bedeutet, dass die mich vielleicht fokussen. Ich will nicht. Hi, war bei Aldemar. War bei Aldemar. So wie Aldemar. Hä? Die Raketen. So wie Aldemar. Achso, Signera. Ja. Irgendwo scheint bei mir so ein Fest zu sein oder sowas. Auf jeden Fall hat sich das ebenso angehört wie Raketen. Kobold useless. They die so speed. Was? Was? Manchmal sind Kobolde unnütz, aber manchmal sind sie auch ganz nützlich. Achso, ja, ich kann ja schon pillagen. Oh, ihr habt Zoe da in der Verteidigung. Vorsicht! Was? So, ich mach das hier auf. Alles wird gut. Äh. Komm gerade hier noch mit. Oh, ein Ulti. Oh. Wann kann die jetzt mal da rausgehen aus dem Ulti? Äh. roter Kreis. Mann, wie oft macht er diesen Kreis? Ich hab das Gefühl, der macht den öfter als Son. Oh, ich bin gleich Level 2. Ja, ich bin Level 2. Zoe, jetzt geht die Kissen kaputt machen. Rückzug. Rückzug. Oh, verdammt. Zoe. Okay, sie kommt nicht hinterher. Dann kann ich ja weiter Kissen kaputt machen. Warum nicht? Dim, dim. Aber unser Guardian hat noch mehr Leben als der ihr Guardian. So. Düm, 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 düm. don't, don't, stop. Okay, die haben Unstimmigkeiten in der Verteidigung. Pling, pling, pling. Ich geh mal hier. Ah, daneben gebissen. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh, da ist noch einer. Oh, ich muss weg, ich muss weg. ich beiß noch einmal zu. So. Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich mehr Schaden gegen den Guardian. Jetzt können wir ihn besiegen. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ja, sie ist auch tot. Alle sind tot. So. Okay, der lebt noch. Ja gut, gehen wir zurück. Ich mach noch mehr Kisten auf. Oh, da ist noch einer. Ich dachte schon, es wären alle weg. So, ich will kurz ein YouTube-Video schauen. Komme gleich wieder. Okay, tu das. So, ich geh weiter Kisten zerstören. Terminate, terminate, terminate. Äh, so. Und nächste Kiste. So. Ein Krogon ist erschienen. Na gut. Gehen wir, oder gehen wir nicht? Oh, warte, ich helfe euch. Der rennt weg, oder? Hallo. Toll. Ah, ich kann nicht treffen hier. Ja. Wir haben ihn erledigt. Egal, ich mach da jetzt Kobolde rein, auch wenn die Katze dagegen ist. so. 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 Die macht bestimmt gleich was anderes ein, rein oder beschwert sich. So. Dann mach ich die Kobolde noch ein bisschen stärker mit meiner Glööfe hier. Und dann renne ich hier gleich mit. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ah, das dauert ja noch so ewig. Ewiglich. Dann geh ich halt schon mal ne Kiste suchen. Such. Hier ist keine mehr. Mist, da ist noch eine. Oh, Zoe ist da. Ihr schafft die Zoe, ihr schafft sie. Ah, okay, sie hat Hilfe. Schade. So. So. Cerbero, hallo und guten Abend und nette Dr. Who-Anspielung. Exterminate. Bin wieder da. Ja. Oh nein, jetzt hab ich meine Kobolde verpasst und sie sterben. Nein. Egal, ich hab hier noch meinen Wolf. Guck mal. Keo. So. Macht alles kaputt. Nur so gelangen wir zum Sieg. Auf geht's, auf geht's. Ich nehm das Upgrade und mach die Kiste kaputt. So, linke Seite hat den ersten Guardian bezwungen. Oh, shit. Ich muss wieder ein bisschen zurück, bis die anderen Minions kommen. Wehe, da macht jetzt einer die Tür zu. Haben die eigentlich ne Midnight, die anderen? Nee. Nee. Nein. Okay. Nein, ich muss gleich wegrennen. Der letzte Scherge. und weg. Ich bin weg. So. So, schnell, kann's gehen. Noch mehr Kisten. So, müssen wir nicht jetzt langsam mal wieder upgraden? Ich hab schon so viele Kisten gefühlt kaputt gemacht. Okay. Ach so, deshalb. Es ist nur eine, eine Koboldkarte. Den Rest hat er überschrieben. Hä? Diese Katze. Aber gut. Ich lauf mit euch mit. Die Jagd beginnt. Gleich sind sie wieder alle tot. Nein. Egal. Ah. Oh. Er ist noch gestorben. Okay. Da kommen die Nächsten. Macht das Tor kaputt. Ich mach so lange Kisten kaputt. Nö, 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 nö. Die Smolder von uns tötet voll viele. Oder? Ja, die hat schon sieben Leute getötet. Nein. Einer unserer Wächter ist kaputt. Oh, das gibt Rache. Ich hol mir jetzt diesen Wolf. Ich hol dich mir. Kleiner. So. Er springt weg und in den Tod. Okay. Das war interessant. Alter Kisten kaputt machen, als wenn nix gewesen wäre. So. Ups. So. Bin wieder da. Willkommen zurück. Hallo Danny Sun TV und sorry. Für was sorry? Das weiß ich schon nicht mehr. Oh. Ah, ich dachte. Ah, hallo. Ich hab Smolder gesehen. Haps. Ich habe auf dich gewartet. Boah. Hier, unser Warcamp ist ein bisschen voraus. Im Gegensatz zu dem Gegner-Team. Hilf mir. Okay, ich helf dir. Komm mal. Alles gut. zerstört. Du hast geschrieben, hilf mir. Also komm ich jetzt. Ich geh nicht wieder. Oh, ich geh wieder weg. Na. Habt ihr den erwischt? Smolder ist da irgendwo noch. Ah ja. Smolder ist tot. Ah, okay. Den schaffen wir jetzt nicht mehr. Ah, doch. Das sind noch Schergen. Dann bleibe ich noch ein bisschen hier, ne? Der sagt die ganze Zeit dasselbe. Wer stört meine Blah? Wer stört meine Blah? Okay, das sind jetzt zu viele. Ich geh nach Hause. Hä? Wie haben die die eine Barrikade denn aufgestellt? Die steht hier. Oh, okay. Das ist interessant. Das hab ich auch noch nicht gesehen, wie die gebaut haben hier. Ich bin Belegion. Lass meine Kiste. Mein Ziel. Go, Boss. Okay, gehen wir, Boss. Ich hab aber kein Mana mehr. Kommst du mit zum Boss? Benny? Oh, ah. Ich glaub, da gehen schon welche. Okay. Ja, hallo. Komm raus. Komm raus. Ich muss den jetzt tanken. Nein. Bummer. Ich bin nicht. Ja, tank ihn weg. Ah, er ist eklig tot. So, wer nimmt den? Nimmst du ihn? Oder? Ja. Ja, ich nehm's. Du bist hier der starke, muskulöse Tank. Ähm. Okay, da kommen welche. Warte, ich fang die ab. Lauf. Oh, was? Mag? Nein. Boss einlegt. Ja, ich hab ihn noch erledigt. So, Boss. Äh. Ihr macht das schon. Er rennt weg. Er rennt weg. Assassinen arbeiten allein. Aber hier kommt Hilfe für den Rest. Ach, neuer. Okay. Hm. Ich hab eben Midnight's Spruch gehört, obwohl... Midnight gar nicht bei mir in der Nähe war. Da kommen sie. Alle sind versammelt. Hey. So. Ich bleib mal ein bisschen hier, damit die mehr Fallenschutz bekommen. Hallo. Bang. Ich töte dich. Oh, da kommt ein Wolf. Ah, der Wolf ist fast tot. Hinter dir. Ah. Okay. Zu spät. Hä? Toll. Die fliehen immer so gut. Oh, Smulder. Hallo. Die Pizza in dem Stream ist ziemlich lecker. Wo ist deine Pizza? Ich hab hier keine Pizza. Ups. Was mach ich denn hier? Stirb. Oh, da sind Leute. Gegner. Und ich hab kein Mahne. Na, die schafft das schon. Oh, wir müssen... Ja, wir müssen Schergen reinmachen. Ich geh nochmal kurz zurück. Oh, der Boss. Oh, der Boss. Der coole Boss. Der... Das ist, glaub ich, der, der die Toten wieder auferstehen lässt, oder? Weiß es nicht. Ich glaube... Ich hab den jetzt noch... Das erste Mal jetzt gesehen. Der ist ja cool. Ja, da! Der eine hat einen Heiligenschein. Der wurde wieder auferstanden. Wieder belebt. Und der andere auch. Der Boss ist cool. Da kommen die kleinen englischen Orks. Wow. Der ist schnell gestorben. So, hilf mir. Oh, ich will sehen, wie er Schergen wiederbelebt. Okay. Komm hier. Ich fang den hier ab. Bam. Bam. Oh. Schaffen wir das mit der... Ja! Sehr gut. Ich esse eine. Ah, okay. Er isst eine Pizza. Oh, Mann. Hört auf. Ich hab Hunger. Ich hab noch nichts gegessen. Hast du auch noch nichts gegessen? Auch. Aber trotzdem wieder Hunger. Ja. Ich hab nur heute Mittag Spargel gegessen. Seitdem nichts mehr. Tatsächlich. Seitdem nichts mehr. Außer Zitronenwasser. Ich ernähre mich jetzt nur noch von Zitronenwasser. war. Wow. So. So. Weißt du noch, wann ich angefangen hab zu streamen? Zufällig. Zufällig. Ich habe, glaube ich, um... Kurz nach sieben. Halb acht. Halb acht. Okay, dann mache ich noch eine Runde. Dann machen wir noch eine Runde. Das MMA-Nator spielt gerade mit seinem Jedi-Schatten-Low-PVP. Okay. Zitronenwasser. Ja. Hier. Hier sind Zitronen drin. Zitronenwasser. So gegen 20 vor. 20 vor sieben. Eine Runde. Ja. Ja, jetzt, wo du gerade deine Pizza hast, will ich nicht aufhören zu streamen, weil sonst ist ja doof. Dann kannst du noch weiter zugucken, während du Pizza isst. So. Hm. Ich glaube, ich stelle mir den mal her. Ich finde den cool. Diesen Raison. Kultreanimator. Lysander, ein Schüler des Kultes des Todes, beherrscht eine Disziplin in der Kunst der Nekromantie. Die Reanimation. Dadurch ist er in der Lage, verbündete Schergen auf dem Schlachtfeld wiederzubeleben. Mahaha. So, jetzt muss ich den nur noch in mein Deck tun. Mein Deck, mein Deck. Äh, ja, doch da. Speichern. Und in das andere Deck tue ich ihn auch gleich rein. So. So. Fertig. 20 vor 8. Okay. Kann ich hier noch was cooles craften? Hier sind noch coole Schergen. Ah, okay, zu spät. Hey. Hey. Bitte nicht ablehnen, bitte nicht ablehnen, bitte nicht ablehnen. Komm schon, du schaffst es. Drück auf akzeptieren. Drück drauf. Drück, wer auch immer das ist. Die Zeit läuft, glaube ich, gleich ab. Ah, er hat es noch geschafft. Sehr gut. Erregen. Ähm, verteidigen. Okay. Verteidigung. So. Hm. Ich glaube, du kannst, also wir können ja zuerst zusammen eine Lane machen und dann überlasse ich dir die Lane mit den, äh, wo die meisten Fallen dran sind. Ich glaube, das ist dann besser für dich. So. Gegnerteam. Seid ihr eingeschlafen? Lockt. Gegnerteam. Mach, ha, 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 fast überall Signera zu lesen. Ja. Ist ja nichts Schlimmes. Kannst gern weiterschreiben. Musst dir nur bewusst werden, dass ich das vorlesen werde. So, geht los. Ah, der Bär, die haben den Bär im Gegnerteam. Ich hoffe, das ist nicht der Gute von vorhin. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. So, jetzt nicht mehr. Da, nicht so ein TV. Okay, ja. So. Hä? So. Hey, hey, Dobbin. Das geht wieder weiter. Ah, okay. Ne, das ist nicht der gleiche Bär von vorhin. Das ist ein anderer. Kyprian 81. Und Honeys Soap. War das Zitronenwasser? Ja, das war Zitronenwasser. Ich finde Zitronen cool. Ich kann sie zwar nicht, äh, pur essen, aber ansonsten mache ich, wo es geht, überall Zitrone rein. Einer fehlt noch im Gegnerteam. Wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Wer da noch im Gegnerteam war? War das Zitronenwasser? Ja, das war immer noch Zitronenwasser. Ja. Oh nein. Tweety ist gut im Gegnerteam. Vorsicht vor dem. Ich glaube zumindest, dass er gut war. Weil er hat hier das Master von der Zeichen. Das heißt, er ist schon seit der... Wann war das? Alpha? Close Beta? Dabei? Spielt schon sehr lange. Ja, richtig geraten. Ich mache hier meinen Tunnel hin. Mein Blick kann töten. So, vergiss meinen Tunnel nicht. Hier kannst du flüchten. Können wir... Genau, machen wir hier... Ah, ein Stück zurück. Ja, oder? Ja gut. Sonst stelle ich später um. Ein Stück hier, wo ich bin. Ich glaube, das war... Ja. Gut. Geh weg. Ich will nicht, dass er da komische Fallen hinstellt. Eine Falle ist eine Falle ist eine Falle. So. Ich mache zur Sicherheit mal schon sowas hin. Geh jetzt hier zu rum. Ah nein, nein, nein. Mach irgendeine Falle hin, die Schaden macht. Ich habe gerade keine aufgestellt. Können die ja dann später wieder ersetzen. Wenn wir besser haben. Einfach da, ja. Nebendran. So, fertig. Weil das Gute ist, dann haben wir den Guardian im Rücken und dann können wir ein bisschen besser das verteidigen. Oh oh. Oh nein, der ist auch noch im Angriff, der gute Typ. Und die guten Typen. Alle im Angriff hier. Und er hat seinen Rifter hingestellt, oder? Ne. Doch. Vorsicht vor dem Alten. Oh oh, ich bin gleich tot. Ich muss weg. Kurz weg. Die greifen zu dritt auch noch an. Die sind voll fies und voll böse. So, was? Was? Tak, tak. So, jetzt brauchen wir ein paar Fallen, die Schaden machen. Ja. Die, die, die. So, jetzt haben wir immerhin ein paar mehr Fallen. Die sind ein bisschen besser aufgestellt. Ich glaube, später müssen wir die Barrikade dann hier hinstellen. Später, wenn wir Geld genug haben. Ich gehe mal schon mal hin und werfe irgendwas. So random. Ja. Oh nein, der Master kommt. Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Ich muss weg. Ich mache hier noch sowas hin. Die Katze ist hier bestimmt sicher. Ah. Toll. Die Katze ist hier. Nein, 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 nein. Das stimmt nicht, aber es fühlt sich so an. Was ist es? Ähm, ach nee, doch. Ich werde auf andere. Oh, einer ist gestorben. Hast du den getötet? Oh, nee. Ich habe den irgendwie getötet, obwohl ich gar nicht da war. Okay. Eine Falle ist, eine Falle ist, eine Falle. So, die Katze pillitscht da hinten. Mich gleich mal unterbinden. Ja, vergiss es. Katze. Piu. So. Ah. Ich mache hier noch mein Schild hin. Du hast ja schon dein Schild. Aber ich habe kein Schild. Tuck, tuck, tuck. Oh, die Schreiner, die Schreiner. Hm. Ja, wir verteidigen erst mal. Ich mag den nicht. Vorsicht. Vorsicht. Ich habe jetzt kein Mana mehr. Ich bin nutzlos. Was macht denn unser Angriff eigentlich? Macht der, greift der an? So, ich hole mir jetzt Mitneid. Oder den da. Den da. Auch gut. So, unser Wächter ist tot. Toll. Und jetzt gehe ich schon mal einen Schrein holen. Ah, da bist du auch. Toll. Unser Warcamp ist noch bei Stufe 1. Wieso? Und unsere Leute sterben. So. Ah. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Der hat da sein Rift hingestellt, der Assi. So, ich gehe jetzt auf den. Ist mir egal. Oh je, Mini. Oh nein. Ja, ich habe noch getritten. Ah, sehr gut. Oh nein, die kriegen den Schrein. Gucken wir mal, ob ich was dagegen machen kann. Ich hoffe, da ist nur einer. Nein, da sind zwei. Natürlich. Nein. Weg. Geh weg. Du. Geh weg. So, einen habe ich erledigt. Aber den zweiten kriege ich glaube ich nicht mehr. Ich habe kein Mana mehr. Ich habe kein Mana mehr. So, jetzt rennt sie weg. Immerhin. So. Das Ding ist, wir müssen eigentlich in die... Kannst du hier draufstehen? Ich hole mir kurz Mana. Ich glaube, du hast noch genug Mana und Lebenspunkte. Schnell, 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 schnell. So. Die Katze ist da. So ein Katzenkampf. Ich wollte dir eben noch helfen mit Ivy. Aber jetzt brauchst du ja keine Hilfe mehr. Da ist noch die Katze. Vorsicht, die ist hier irgendwo. Kommt sicher gleich. Oh nein. Sie ist da. Schreien. Schreien. Sie ist sicher beim Schreien. Oh. Schnell zum Schreien. Schnell zum Schreien. Oh nein. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Die Katze rennt mir hinterher. Die Katze. Geh weg, Mann. Ja. Vergiss es. So. Mitsu, finde den Fehler. Hä? Oh, einer schläft. Oder einer. Ein Smiley schläft. So. Ich hole mir noch so eins hier. So, eins. Ah, ich sollte fallen auf der anderen Seite auf. Wir sollten noch eine Killbox auf der anderen Seite machen. Boss. Boss. Ja. So. Das nehme ich mit. Ich gehe jetzt rüber und mache da Fallen. Äh. Haben die den schon erledigt? Na, dann baue ich die Fallen oben hin. So. Hier und hier. Toll, ich habe die Barrikaden ein bisschen doof hingestellt. So. Wow, der Blackpaw von uns ist immer noch Level 3. Hey, ich bin Level 9. Nein. So. Vor der Katze renne ich weg. Die will ich nicht haben. Jetzt ist die wieder aufgetaucht. So. Ich gehe zurück. Und keiner macht Minions rein in unsere Kriegsportale. Na, okay. Das reicht. Hallo. Wow. Was geht? Nein, du machst ja keinen. Nein. Das machst du hier nicht hin. Ich bin kaputt. Der ist gefährlich. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss weg. Oh. Ganz schnell weg. So, wir haben das Tor zerstört. Ah, ich habe jetzt schon das Schild bei meinem. Äh. Tunnel. Haben die jetzt mal einen Tunnel auch kaputt gemacht? Nö, noch nicht. Hör auf. Ah, er ist gleich tot. So. Problem ist jetzt noch die andere Seite. Aber da ist schon einer von uns. Sind das alle am Verteidigen? Okay. Okay. So. Endlich. Er ist hin. Mein Tunnel ist nur leider kaputt. Verdammt. Der Gegner hat ein Kriegslager abgegradet. So. Ich komme dann gleich wieder runter. Da. Okay, da ist jetzt auch noch der Blackpaw. Supergeil. Ich dachte, ich hätte genug Geld. Aber nö. Guck mal, wir schnappen uns noch den Tunnel rein. Und den dann. Na. So. Hinter uns ist noch Tundra. Abkommen. Gibt es doch nicht. So. Ja, ich muss überhaupt verteidigen. So, Mitsu, dein Audio knackt leicht, aber nur selten. Okay. Wieso? Ich weiß nicht. Wieso? Bin ich zu nah dran. Mal weiter weg. Hilf mir! Warte, wir müssen hier erst... Die sind hier durchgekommen. Die sind hier tatsächlich durchgekommen. Diese kleinen fiesen Fieses. Der Rift. Toll, einer ist schon disconnected. Kannst du hier Fallen aufstellen? Nein. Okay. Ich bin gleich tot. Ich geh zurück. So, wer ist denn hier disconnected? Der... Der Wolf, der es Level... Der es nicht weiter als Level 3 geschafft hat. Okay. Oh. Zurück. Ich bin im Goldfieber. Ja, ich bin im Goldfieber. Und... Ich bin im Goldfieber. Ich bin im Goldfieber. Ich bin im Goldfieber. Toll. Wenn der Disconnect ist, dann verlieren wir sicher. Oh, der Bär! Du Nerv! Geh weg. Ach toll, die kriegen jetzt wieder den Schrein, oder was? Ah, ich schaff das nicht mehr. Ja, leider. So, ich bin wieder da, alles gut. Was, der ist immun gegen alles? Niemals. Toll. Sie haben meinen Boss. Toll. Keine... Wir haben immer noch keine Minions drin bei uns. Ich... Mama hier... Stress. So. Ich glaube, dann kann ich das hier noch ein bisschen effektiver machen. Oh, ich nehme, ich nehme schon mal einen großen Schergen. Hier sind ja gerade große Schergen. Äh, toll, ich bin ein Eiszapfen. So. Ah, andere Seite. Wir müssen auf die andere Seite, da ist der Boss. Wir haben unser Tor zerstört. So. Zwerg ist wieder da. Hallo. Wow. Was war das denn? Mitneid ist hier. Ich muss mir kurz Leben holen. Oh mein Gott. Wie sie alle da sind. Was ist da los? Ah, der Boss ist tot, der Boss ist tot. Sehr gut. So, jetzt noch den Rest erledigen, der da ist. Ich gehe schon mal runter. Und stelle hier noch ein paar Fallen auf. Oh, verdammt. So. So. Hm. So, geil. So. Dynamit. Ah, Mitneid greift immerhin noch an. Die Einzige, die angreift. So. Andere Seite. Oh, der Blackpaw ist wieder da. Scheinbar. Aber wenn die nicht angreifen gehen, dann gehe ich einfach angreifen. Ach, der ist zu früh gemacht. So. Freche Damen, hier nicht Mitsu. Mitsu, wie alt eigentlich? Steht das nicht in meiner Beschreibung drin? Auf YouTube steht's auf jeden Fall, das weiß ich. Ich leite dich einfach auf meine YouTube-Seite um. Hm? Auch in der Beschreibung drinne. Auf meiner Twitch-Beschreibung, ja. Toll, die Schreiner. Ich geh mal hin. Da ist wieder. Toll, die sind zu zweit. So. Komm her zum Schrein. Falls hier die Mitneid auftaucht. So. Ah, Mitneid ist da, oder? Mitneid ist da. Oh, oh. Wir müssen hoch. Verdammt. Die sind beide gestorben. Nicht gut. Ah. Okay, das ist auch schon zu spät. Dann gehe ich halt zum Schrein zurück. Ich dachte, die machen das da auf der anderen Seite. Ja, daneben. Hey, Mitneid noch erwischt. So. Aber die Runde müssen wir auf jeden Fall verteidigen. Aufpassen. Aber irgendwie hilft uns auch keiner mit dem Schrein. So. Da kommt der Schnelle hin. Kannst du das da machen? Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich traue denen nicht. Die haben da bestimmt Runner drin. Ja, haben sie. Sind auch schon alle da. Ja. Ja. Das ist ein Runner. Das ist ein Runner. Hm. Ah, da schreien schon wieder. Da schreien. Ah, ich versuche den jetzt einfach noch aufzuhalten. Ah, Midnight ist da und Small da. Okay. Oh nein, 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 der Bär, oh mein Gott. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Shit, shit, shit. Ah, so knapp. So knapp. So. Ja, schon so alt. So. Oh. Jetzt kommt gleich wieder ein Boss. Oh, oh, rechte Seite. Oh, der Master ist auch noch gestorben. Oh, das ist gut, du kannst die einfrieren. Vorsicht, die beißen die Tür kaputt. Wir müssen durch ihre Verteidigung. Ah. Nein. Nein. So, jetzt sind alle gestorben. Midnight ist hier. Was? Hä, was? Hä? Wir müssen zwei gestorben von uns. Hä? Warte, warte. Äh. Barrikade muss da wieder hin. Und wer hat die denn kaputt gemacht? Der Gegner hat ein Kriegslager abgegradet. So. Toll. Die haben jetzt beide Kriegslager schon auf Level 4. Was soll ich da noch tun? Hä? Wer hat denn die Barrikade denn hier noch hingestellt? Äh. Nein, warte. Das machen wir anders jetzt. Ähm. Sobald ich wieder Geld habe, müssen wir das einfach eins nach hier verschieben. Ja. Warte. Ähm. Hast du noch Geld? Dann mach sie hier hin. Die Barrikade. Dann verkaufe ich die, auf der du stehst. Vorsicht. So, jetzt. Was? Die sind schon im Rift drauf? Ah nein, die haben den Wartikel-Hufe-Dingens-Gedings. Okay. Ja, dann kein Wunder. So. Unsere Feinde werden sterben wie die Fliegen. Werden wir bereit sein, wenn der Moment gekommen ist? Boah. Das habe ich noch nie gehört am Ende. Der Soldat hat irgendwas gesagt. Was könnte ich mal? Könnte mal verlieren. So. Das war's. Ähm. Ja. Wer noch PvP mitmachen will auf SW-Tor, dann. Ich wechsle auf SW-Tor und mache noch ein bisschen PvP. Auf Imps-Seite wolltet ihr, oder? Nee, ich habe hier keine Links zugelassen. Du kannst mir per, wie heißt das, persönliche Nachricht hier schreiben, wenn du willst. Oder auf Twitter. Oder auf Facebook. Es gibt so viele Möglichkeiten. So. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Pizza ist jetzt aufgegessen. Und wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Stream. Mittwoch. Vielleicht am Wochenende. Aber auf jeden Fall Mittwoch. Bis dann. Eh. Vielen Dank.